Guten Tag, hier bin ich wieder, euer Stu von und zu klick. Heute berichte ich von einem Tag, der für euer Kinder, beziehungsweise auch die englische, ein ganz wichtiger Tag ist, und zwar die Einschulung. Einschulungstag. Haben Sie noch ein Bild von Ihrer Einschulung? Und wenn Sie die heute anschauen, können Sie sich noch daran erinnern, wie schön der Tag war? Ihre Kinder heute brauchen auch so ein Foto für später. Drum macht einen Termin bei uns im Studio aus und wir halten diesen wichtigsten Tag professionell im Bild fest. Oma und Opa freuen sich und die Kinder freuen sich später, wenn sie ihre Kinder zeigen können, wie sie ihren ersten Schultag erlebt haben. Denkt dran, macht einen Termin aus, entweder am Tag der Einschulung oder am Tag vorher oder auch zwei, drei Tage später, wenn alles vorbei ist und das Ganze stressfrei von der Bühne gehen kann. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Film. Freut euch drauf. Euer Stu von und zu klick. Tschüss. Bis zum nächsten Film.